Hallo und herzlich willkommen am Fluss. Es ist mal wieder Zeit für ein Dankeschön-Video. Wie immer ist das überfällig. Daher ist es jetzt auch mal ein ungewohnter Location am Fluss, weil, ehrlich gesagt, zwischen Tür und Hange gedreht, so mehr oder weniger. Ich habe gerade wirklich viele Termine. Es ist auch super und ich bedanke mich herzlich bei allen, die dafür verantwortlich sind, dass ich viele Termine habe. Es sind nämlich alles Waldführungen und so ein Zeug. Also für mich großartig, wirklich prima. Ich freue mich. Daher aber ein Videodreh halt da, wo es gerade geht. Und das wäre jetzt gerade aktuell der Fall. Und ich werde mich auch ein bisschen kurz lassen wollen für dieses Dankeschön. So, zunächst mal habe ich hier einen wunderschönen Schiefer bekommen. Ja, das ist einfach nur ein Stein. Aber für mich ist das schon ein bisschen mehr als einfach nur ein Stein. Es ist nämlich ein sehr, 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 sehr schöner Stein. Erstens mit sehr feiner Schieferung, hochgradig feines Sedimentmaterial, was da eine Rolle spielt. Und gleichzeitig ist er dann doch auch mit reichlich gröberen Material, quarzhaltiger Art, also sehr stark quarzhaltig bis hin zu ganz, ganz Quarz, ausgestattet. Jetzt wäre es natürlich interessant, wenn ich zu diesen Steinen jede Menge interessante geologische Details usw. und so fort erzählen könnte. Ich habe das auch wirklich noch auf dem Plan, dass ich mich da mal intensiv mit beschäftige, wie man eigentlich aus einem Stück Stein bzw. einem Mineral, wenn man jetzt nicht direkt vor der Wand steht, woraus es stammt, irgendwelche Sachen ablesen kann. Derzeit kann ich es aber noch nicht. Deswegen finde ich den trotzdem toll und vielen herzlichen Dank. Also das ist wirklich ein schönes, schönes, schönes Geschenk. Gefällt mir ausgesprochen gut und kommt zu meiner Steinsammlung mit bedeutenden Steinen, zu denen ich dann auch früher oder später, manchmal kann ich schon was dazu sagen, wenn nicht, lerne ich nach und nach dazu noch was zu sagen. Aber ich bin halt kein Geologe und schon gar kein Mineralologe. Weißen die so? Ich glaube schon. Und daher traue ich mich jetzt einfach nicht, hier großartig was zu erzählen, weil die Chance, dass das dann mindestens 40% falsch ist, relativ hoch ist. Und das lasse ich. Das lasse ich, also bevor ich da Murks erzähle. Trotzdem nochmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Da hat es auch noch so ein paar kleine Glitzerelementchen drin. Das müsste pürit sein. Also auch das super spannend. Und das macht den Stein umso komplizierter, weshalb ich umso mehr nicht das Bedürfnis habe, da jetzt irgendwelche Halbwahrheiten in die Welt zu setzen. Also sieh es mir bitte nach. Trotzdem vielen, vielen, vielen Dank. Also der ist toll. Ich freue mich da richtig drüber. Möchte aber, ja, habe es ja jetzt gesagt. Danke, danke, danke. So, dann das nächste war für lange Autofahrten, die ja in letzter Zeit tatsächlich häufiger anstehen, gab es noch ein bisschen was zum Hören. Und zwar hier einmal Datta. Da habe ich jetzt noch gar nicht reingehört, ehrlich gesagt. Ich bin aber sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich habe die andere CD jetzt bisher im Auto gehabt. Da kommen wir gleich zu. Aber die werde ich auf jeden Fall auch noch, beziehungsweise es sind zwei, es ist eine Doppel-CD, rauf und runter hören. Von Youwob hat man schon mal gehört, auf jeden Fall. Könnte auch definitiv was sein, was mir gefällt, nach dem, was man von denen schon gehört hat. Und ein paar Titel, die man sich jetzt hier in der Rückseite anguckt, sagen mir auch was. Ja, ich bin, was das angeht, vielleicht nicht ganz so gebildet, wie viele andere Leute. Was, was vor allen Dingen die zeitgenössische Musik angeht. Ich kenne mich ja einigermaßen gut aus mit den Komponisten, die schon lange, lange tot sind. Also Bach, Beethoven, Mozart, solche Leute. Haydn, Dorsak, Dorsak persönlich, Rachmaninoff. Zurzeit habe ich relativ viel Rachmaninoff hat auch erstaunlich gute Sachen. Da muss man ein bisschen mehr reinkommen und so weiter. Und der Richard Wagner, ja, tolle Musik hat er ja auch, wenn er sonst durchaus kritisch zu betrachten sein darf. Naja, wie dem auch sei, dann haben wir hier noch Nightwish. Das ist dahingehend sehr cool, weil diese CD hatte ich schon mal. Die ist vor zehn Jahren oder was, keine Ahnung, ganz so lange kann es nicht eher sein, aber die ist schon vor langer, langer Zeit gefühlt verloren gegangen. Was ich schade fand, weil ich habe die eigentlich immer sehr gerne gemocht. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt wieder eine habe. Also das ist hier die Highest Hopes Best-of-Gedöns-Albumsteil. Nightwish höre ich ganz gerne. Wer die gar nicht kennt, ich finde das recht cool, wenn man moderne Instrumente, also sprich so Gitarre, E-Gitarre, so ein Zeug, so rockigen Kram, Schlagzeug und so weiter und so fort, mit klassischem Gesang oder zumindest mit Personen, die eine klassische Gesangsausbildung haben, kombiniert. Und das ist bei Nightwish der Fall. Die Sängerin hat ja, also die singt quasi opernmäßig, um es mal simpel auszudrücken. Und das in Kombination eben mit fetziger Rockmusik ist eine Kombi, die ich sehr, sehr cool finde. Ja, ich mag auch das Gegenteil. Also sprich klassische Musik mit Cello, Bratsche, Violine, such dir was aus. Und dazu dann eher moderneren Gesang. Und eben nicht dieses, ich kriege keinen einzigen Ton hin, sonst würde ich jetzt einen vormachen, aber es ist hoffnungslos. Und nicht eben dieses Opernhafte mit den, ja, wofür man jahrzehntelang üben muss, um bestimmte Kolorationen in der Stimme und ähnliche Sachen dann hinzubekommen. Was ja auch unglaublich beeindruckend ist und toll klingt. Also ich mag das ja sehr, sehr, sehr. Und das ist ja also wirklich eine coole Kombination aus eben etwas leichterer Musiker, weil so ein Beethoven oder so ein Dvorschach oder sowas in der Richtung, ich tue mich nach wie vor schwer, das einfach mal so nebenbei zu hören. Das ist komplex. Da ist also so viel drin in den jeweiligen Stücken, jetzt nicht in jedem, aber in vielen. Der Bach ist mir schon zu anstrengend. Der hat da ja so viel Zeug in seine Musik eingebaut, vorsichtig ausgedrückt, ja, als Laie. Ich kann ja auch gar kein Instrument spielen und so weiter und so fort. Aber die klassische Musik hat mir ja mein Vater eingetrichtert. Ich dachte immer, das interessiert mich nie. Tja, Fehlanzeige. Egal. Das ist so komplex, das ist mir fast schon zu anstrengend. Da kriegst du ja Schweißausbrüche beim Hören, wenn du versuchst, oh, da ist noch, oh, da ist noch, oh, da ist ja noch was. So in dem Stil. Aber ich bin auch schon mit einem Beethoven oder sowas anspruchstechnisch wirklich genug ausgelastet. Also zum Beispiel hier jetzt dieses berühmte, da, 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 da. Das kennt man. Und wenn das wirklich mit einem großen Orchester, also eine tolle Aufnahme davon, mit wirklich, wirklich großem Orchester, das hörst du und dann stehst du senkrecht im Bett. Also das als Weckermusik beispielsweise. Einfach, weil da eine ganz andere Dynamik, Energie und Tiefe drin steckt. Und insbesondere, da diese Musik eben auch nicht, nicht mal eben hier aus dem stillen Kämmerlein erklingen kann, sondern du brauchst da ein richtig krasses Orchester zu. Und das macht dann halt, das ist halt schon normal. Aber das kannst du nicht den ganzen Tag hören und schon gar nicht auf langen Autofahrten, dann bist du irgendwann fertig. Ja, aber zwischendurch ist das super. Und, 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 wenn man eben auch die Muße hat, sich das dann näher anzuhören. Und deswegen für Autofahrten sehr gerne sowas in dem Stil. Großartig, ja, also vielen herzlichen Dank. Da, ja, freue ich mich schon fast auf die nächste lange Fahrt. Manchmal sind es Fahrten, wo Frau dann eher nicht dabei ist. Frau und ich haben, was das angeht. Jetzt, also Frau mag es nicht ganz so rockig. Beziehungsweise wir haben dann einen Konflikt zur Lautstärke, in der das jetzt abzuspielen ist. Weil für sie muss es dann ein bisschen leiser sein. Für mich gerne ein bisschen lauter. Allein schon, weil ich schlechter höre als sie. Sie hat noch hervorragende Ohren. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Auch in der Kommunikation. Frau schreit was. Sie hätte es fünfmal verstanden. Ich sage, ja, habe mir ungefähr ausgedacht, was sie vielleicht gesagt haben könnte. Mach das dann auch. Und dann war es aber falsch. Aber daran müssen wir noch arbeiten. Wir haben ja noch ein paar Ehejahre vor uns. Nicht, dass das jetzt wirklich größere Probleme sind. Also, nur aus dem Nähkästchen geplaudert. Gut. Also, CD ist ganz prima. Und dann gab es noch hier das Zeug. Moment, ich habe auch noch einen mit Packung. Das sind die Seven Ocean Survival Riegel. Was ich richtig cool finde, die haben hier drauf, auf dem Päckchen, ich packe gleich mal einen aus, haben die noch hier diese Survival Anleitung. Und da geht man wohl davon aus, für diese Survival Anleitung, dass man dieses Päckchen mit diesen Riegeln tatsächlich in einem Rettungsboot, einem Rettungsfloß oder sonst was, auf hoher See gefunden hat. Und sich jetzt gerade eben ins Rettungsboot, Rettungsfloß begeben hat. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht stimmen. Das hatte mir nämlich neulich mal einer in die Kommentare geschrieben. Aber hier steht es jetzt doch so drauf. Scheinbar ist es vorgesehen, auf diesen Rettungsinseln, Floßen und so weiter, nur 500 Milliliter Wasser pro Nase und Tag zu haben. Und hier stehen jetzt quasi genaue Dosieranleitungen, wie man jetzt mit 18 Units hiervon über 24 Stunden kommt. Dann sollst du also genau alle, not more than 6 Units per 24 Hours, genau damit eben das so alles funktioniert, wie das vorgesehen ist von dieser Rettungsinsel. Also am Tag darfst du nur 6 Units, ne? Moment. Das ist eine Unit. Ess ich nachher auf, sonst kann ich nicht quatschen. Davon darfst du am Tag nicht mehr als 6 anscheinend essen, damit du hinkommst und auch wohl eben wirklich nur minimales Wasser verbrauchen, damit das eben funktioniert. Die soll man auch nicht mit dem Drinking Water mixen. Und self-drinking water. Do not drink more than half a liter every 24 Stunden. Ja, also wirklich nur einen halben Liter am Tag. Das ist krass. Das ist schon ziemlich krass. Schmecken, so ähnlich wie die alten, alten Riegelteile auch. Man kennt die. Ich freue mich trotzdem, dass ich das nochmal welche bekommen habe und vergleichsweise viele. Da habe ich richtig Vorrat. Das lässt sich auch ganz prima eben als Frühstück. Auch daheim. Ich mag die da ganz gerne. Mit Zucker, Zimt und Milch sind die richtig, also vor allen Dingen mit Zimt, ein ganz kleines bisschen Zucker noch zusätzlich. Und vor allen Dingen Milch. Dann sind die ein richtig, richtig leckeres Frühstück. Und ich werde die auch auf die nächsten Touren mitnehmen. Insbesondere die Päckchen, die noch zu sind. Also das hier. Einfach damit ich dann da auch noch ein gescheites Frühstück habe. Oder wenn ich abends mal gar keine Lust mehr habe auf Kochen nach einem Führungswochenende zum Beispiel. Oder zwischen einem Führungswochenende. Ich mache ja immer Samstag-Sonntag-Führung. Nach der Samstag-Führung ist man dann etwas k.o. Ich penne dann oft im Wald. Und dann habe ich hin und wieder nicht mehr große Lust, dann auch großartig viel zu köcheln. Und da könnte dann sowas ehrlich gesagt ganz praktisch sein. Insbesondere dann für das Frühstück am Sonntag. Weil je nachdem, wie spät ich dann dran bin mit Lager abbauen und so weiter und so fort. Und dann ist ja die nächste Führung direkt im Anschluss. Bin ich nicht böse, wenn ich was Schnelles und Einfaches zu essen dabei habe. Oder auch auf der Führung selber in der Mittagspause. Ich erzähle ja in der Mittagspause auch meistens noch was. Beziehungsweise es kommt da so ein stiller Moment auf, wenn ich mal die Klappe halte während der Führung. Und das ist schlimm. Da kann ich nicht mit arbeiten. Daher esse ich meistens ziemlich schnell und auch nicht besonders viel. Und nutze dann eben die Mittagspause, um dann auch so ein paar Kleinigkeiten zu erzählen. Oder auch ein paar größere Sachen. Bei der Kalführung ist zum Beispiel der Geologie-Teil größtenteils in der Mittagspause. Also für die andere Mittagspause für mich Geologie-Teil halt. Da sitzt man sich besser so hin für so Geologie und solche Sachen. Ja genau, also vielen Dank. Die kann ich echt brauchen. Und es sind auch Geschmacksrichtungen, die ich eben noch nicht kenne. Auch wenn die jetzt hier diese Seven Ocean Teile, wirklich ich merke fast nichts. Die schmecken fast identisch wie Energy Five. Ja, nahezu, nahezu, wir haben ein bisschen süßer. Ein bisschen süßer, ich glaube, die haben einen etwas höheren Zuckeranteil. Kann ich kurz, wo steht es denn? Gibt es das irgendwo auf Deutsch? Ah ja, hier. Ein Riegel, 56 Gramm, der hat 271 Kalorien, 14% Fett, 36% gesättigtes Fett, 13% Kohlenhydrate. Das ist relativ wenig. Und ja, auch noch ein bisschen extra Zucker noch zusätzlich scheinbar. Added Sugar, ich werde da nicht ganz schlau draus. Aber 5 Gramm Proteine. Also, ja, nimmt sich jetzt nicht so viel. Und ja, die schmecken halt ziemlich sandburgmäßig, aber mit etwas Zimt und Milch. Aber sonst sind sie definitiv, nicht, dass das jetzt für mich überhaupt kein Problem. Trotzdem vielen Dank. Aber die sind schon im unteren Bereich des Geschmacks von solchen Notriegeln. Also definitiv ziemlich weit unten anzuordnen. Kann man trotzdem essen. So, und dann habe ich noch ein Packen BP-ER. Also, ja, von GC-RIBA-Kompakt. Das ist der gleiche Hersteller, der auch hier die Seven-Ocean-Dinger macht. Die müssten dementsprechend ein bisschen anders schmecken, vielleicht. Das müsste ja eigentlich einen Grund geben, weshalb es die beiden gibt. Die sind in der Zusammensetzung her auch ein bisschen anders. Und die hier, die sind als Baby-Nahrung konzipiert, unter anderem, indem man sie eben dann doch mit Wasser mixt, was man ja bei denen hier ausdrücklich nicht machen soll. Kann man natürlich trotzdem. Aber soll man eigentlich nicht. Jedenfalls nicht so, wie sie gedacht sind als Seenotrettungsgedönse. Und ich bin gespannt. Ich will die erst aufmachen, wenn ich sie brauche. Weil solange die jetzt noch so schön verpackt sind, sind sie halt unendlich haltbar. Und wenn man sie aufmacht, dann halt nicht mehr. Daher zögere ich das noch ein bisschen hinaus. Ich denke, das ist im Sinne des Erfinders, dass ich die dann auch so nutze, wie sie halt eben gedacht sind. Und sie werden dann aber mindestens, spätestens bei der nächsten längeren Tour wieder, das mache ich ja wirklich gerne, ich habe halt gerne noch mal eine eiserne Reserve dabei. Und da ist so ein Packen, der hat halt 500 Gramm. Okay, 500 Gramm sind 500 Gramm, das ist schon was. Aber dafür hat so ein Packen auch 2375 Kalorien. Also damit kommst du, wenn du das ein bisschen rationierst, locker anderthalb Tage hin. Locker. Und zwei, wenn es sein muss. Und wenn du so nur an einem Tag aufmacht hast, okay, das geht gar nicht. Das geht nicht. Das macht kein normaler Verdauungsapparat mit, so ein ganzes Paket an einem Tag zu mampfen. Das kannst du eigentlich vergessen. So, ich gucke auf die Uhr. Ich habe im Grunde keine Zeit mehr. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, weil das war es jetzt auch. Das waren jetzt so die letzten mich zu bedankenden Dinge. Vielen, vielen herzlichen Dank also an alle spendablen Spender und habe mich sehr gefreut. Und ja, das ist also wirklich einfach immer toll, wenn man nichts bestellt hat und plötzlich flattert da was ins Haus, von dem man keine Ahnung hatte, dass es kommt. Das ist wirklich jedes Mal ganz, ganz großartig. Vielen, vielen herzlichen Dank, wieder super nützliches Zeug dabei, kann ich alles ganz, ganz ausgezeichnet brauchen. Und ja, das ist es im Grunde. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal.